Warum können Gurken nicht heiraten? Oh, ähm, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, sag du es mir. Überleg erstmal nochmal. Ähm, weil die grün sind? Noch ein Versuch, noch ein Versuch. Weil die keine Flügel haben? Warum können Gurken nicht heiraten? Ja, weil die keine Flügel haben. Was hat das mit Flügeln zu tun? Ich mein, äh, weil Fliegen so, ne? Oder? Soll ich auflösen? Oh, raus, komm. Toy Story 3. Hast du verstanden? Nein. Erklär mal. Erklär du. Erklär du. Aber, aber ich bin nicht der Erklärbär. Erklär mal. Erklär mal. Erklär.